Ja, Karl, du bist eine Bombe Motivation. Ich habe früher in einer Einzimmerwohnung gewohnt und seitdem ich dies verfolge, ohne Scheiß, ich mache Vertrieb, seitdem ich 16 bin, ich konnte dank dir keinen Scheiß in ein Penthouse ziehen. Ohne Scheiß, Karl. Seitdem ich 16 bin, habe ich bei Thekes gearbeitet, seit 5 Jahren bin ich selbstständig und das ist dank dir, Karl. Ich schwöre dir, du bist die Motivation pur. Das freut mich so krass, dass du hier live reinkommst und mir sagst, von einer Einzimmerwohnung auf Penthouse, auch mit meiner Motivation, mit meinen Tipps, kannst du mir mal ganz kurz sagen, welche Tipps haben dir denn am meisten gebracht von mir? Karl, ich muss sagen, es waren weniger die Tipps, sondern dass du die ganze Zeit so auftrittst, wie du einfach bist. Danke. Du bist sehr authentisch, du hast früher mit deinem Fitness, hast du es versucht, dann machst du selber Witze über deine Haare, ich habe mir die Haare hier machen lassen. Okay, cool. Ich hatte zu große Probleme damit, ist jetzt ein halbes Jahr her. Ja. Dann hast du angefangen mit deinem DAS, du hast echt coole Sachen gemacht, ich habe dir oft schräge Videos geschickt, ich weiß nicht, ob dich an mich erinnern kannst. Kann sein, ja. Auch bei Facebook, da hatte ich mal diese Patek an. Okay. Und du meinte, gratuliere zu deinem Rolls Royce, ich habe einen Rolls Royce am Arm. Geil. Aber du bist echt eine Granate, ey. Mit Christian Zahner habe ich es nicht ganz getrackt, was zwischen euch war, man kann es nicht sagen, weil man deine Seite oder seine, aber ansonsten finde ich geiler Typ einfach. Mega. Freut mich sehr, vielen Dank, dass du drin warst. Danke fürs Feedback und wir kommen in die nächste Person rein, ja. Ciao Karl. Danke Karl, ciao. Mega Leute, das freut mich extrem, wenn ich Leuten helfen kann, dass sie sich ein Businessaufbau scheren. Weil das ist eigentlich meine größten Ziele. Warum bin ich hier live? Weil ich, mein großes Ziel ist es, dass in Deutschland der Lebensstandard steigt. Was brauchen wir dafür? Ein größeres Bruttoeinkommen pro Kopf, also ein größeres Pro-Kopf-BP. Dafür brauchen wir gute Leute, Unternehmer, motivierte Leute, Leute, die hart arbeiten, Leute, die motiviert sind. Und deswegen gebe ich Business-Tipps raus, helfe Leuten in die Selbstständigkeit und gebe Männer und Frauen Tipps, wie sie die beste Version von sich selber werden können, um Deutschland zu stärken. Dass wir einfach eine geile Gesellschaft in Deutschland haben, das ist mein Ziel, okay? Ich habe einen 1.000 Euro Gutschein für dich. Klicke einfach auf den ersten Link unter diesem Video. Dann kommst du zu einem Typeform, trag dich da ein, mach ein 10-minütiges Umfragetelefonat mit meinem Team und du bekommst einen 1.000 Euro Gutschein. Klickt drauf, bis zum nächsten Video.